Ich gebe dir jetzt ein bisschen Energie mit und jetzt musst du über Lava laufen, okay? Hier entlang? Ja, komm Elgir, bitte. Sei vorsichtig. Du schaffst das schon. Katztastisch, begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Kirby und das Vergessene Land. Ja, auf Katze, zusammen mit Elgir. Oh, Elgir hat heute ihre tiefe Stimme ausgepackt. Passend zum Feuerland. Ja, und das ist gefährlich an der Musik erkennbar. Rotharzt verbotene Lande. Das klingt schon gruselig. Ja, aber irgendwo scheint hier Elfilin zu sein. Boah, dann bemühen wir uns natürlich Elfilin zu vertreihen. Verbotene Feuerlande ist das erste Level für uns und jetzt geht es so richtig auf die 12. Boah, okay, dann lass uns loslegen. Ich merke gerade, so richtig auf die 12 ist auch keine normale Floskel gewesen. Warum? Ja, man sagt doch, jetzt geht es auch auf die 12. Sagt man doch gar nicht. Doch, gib ihm auf die 12 oder so. Ja, aber nicht jetzt geht es auf die 12. Ja, okay, das stimmt. Okay, Entschuldigung. Weiter. Ja, weiter, 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 weiter. Los, Kirby und Waddle Lee. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gruselig, finde ich. Na. Doch, guck mal, von oben kommen glühende Lava. Glühende heiße Lava. Und ich habe nicht meine Fähigkeit. Ja, noch nicht, aber weißt du, was jetzt praktisch wäre? Eine Eisfähigkeit für dich. Ja, das stimmt, zum Abkühlen. Ja. So. Da vorne, Achtung, Kleffi. Und ein Igel. Einen Igel, den hole ich mir. Und. Schnapp dir den Igel. Warte. Schnapp dir den Igel. Du hast einen Igel hier gemacht. Entschuldigung, mir war doch wichtiger, dass ich die Wüsten, eigentlich war es ja vorher Wüstenfüchse mal, aus dem Weg gehen kann. Aber da hinten, ich sehe schon, den hole ich mir. Aber nachher ist ein Schwertmeister. Wo läufst du hin? Ich dachte, ich bin dir nach. Nein, nein, wir müssen hier hoch. Ich wollte nur zu den Kollegen. Ach so. Okay, warte. Klick mal hoch und mach den Platz. Okay, so. Perfekt, perfekt. Platz gemacht. Dafür haben wir eine Belohnung bekommen. Oh, cool. Ich siege zwei Spänen der Kleffis. Boah, aber jetzt habe ich das Schwert erobert. Erobert. Das Schwert habe ich erobert. Erobert. Oh, jetzt. Oh, da glitzert. Ja, ja, was ist da? Was ist da? Äh. Oh. Da gab es was zu essen und eine Münze. Eine Münze auch? Ja. Ja, ich habe irgendwie nur das Essen wahrgenommen. Natürlich. Hier müssen wir schnell sein. Wieso? Denn der Boden, der versinkt in der Lava. Ah, ich sehe es schon kommen. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Schnell. So. Weiter, weiter. Weiter. Achtung. Hier gibt es kleine Igel-Gen. Ne, Igel will ich nicht. So. Igel, Igel, Igel. Ich behalte mein cooles Schwert. Weißt du, was richtig praktisch wäre? Ein Feuerschwert daraus machen zu können. Ja, ja, aber viel praktischer wäre es, wenn du dich ein bisschen beeilst. Mach ich doch. So. Weil, damit wir nicht hier in der Lava landen. Na, okay. Okay, also, dann... Da hinten gibt es Karotten, Karotten. Lecker. Und da war Lava-Wasserfall. Lava-Wasserfall schließt sich jetzt auch irgendwie aus. Ein Lava-Fall. Vorsicht, Lava-Wasserfall. So. Achtung. Oh, der Kleppi hat einen brennenden Schwanz gehabt. Ja, und den haben wir jetzt besiegt. Das bedeutet beide. Zwei von zwei. Wow. Jetzt Kristalle sammeln. Schnell, schnell, schnell. Du musst mir jetzt helfen. Komm zu mir. Okay, warte. Okay, ich fang schon mal an, die Kristalle sammeln. Schnell, schnell, schnell. Komm zu mir, komm zu mir. Ich muss vorlaufen, ich muss vorlaufen. Ja, lauf vor. Ich komm gleich. Oh, nein. Ich komm gleich. Nein, die Kamera hat mich zurückgebracht. Oh, nein. Komm schnell hinterher. Bitte, bitte, bitte. Komm schnell hinterher. Ich befüge mich. Bitte, 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 Elgur. Nein. Nein, nein, nein. Die letzte blaue Kiste, die letzte blaue Kiste. Elgurl, Elgurl, bitte, bitte. Warte. Ich renne vor, ich renne vor. Nein, 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 nein. Oh, ich hab's. Oh, du bist so gut, wenn ich dich nicht hätte. Oh, danke. Hab ich Glück gehabt. Wow, super gemacht, mein Freund. Wie sagt man so schön, nur zu zweit? Kommt man weit. Ja. Oh, und hier ist Marita. Marita, herzlichen Glückwunsch. Zur neu gewonnenen Freiheit. Genau, oder herzlich willkommen, wollte ich ursprünglich sagen. Oh, heiße Füße hab ich gekriegt. Oh, Mauwurm. Hey. So, soll ich den Bohrer behalten? Nee, oder? Der Bohrer ist schon praktisch, aber du kannst auch nachher nochmal wechseln. Ja, ich hole mir das Schwert, das ist viel cooler. Ja, ja, aber, naja, okay. Du wirst jetzt gleich sehen, in diesem Abschnitt brauchst du eigentlich den Bohrer. Ja? Weil es gibt gewisse Dinge, die man aus der Erde ausgraben kann. Aha. Das ist fast schon wie eine Ausgrabungsstätte. Eine Ausgrabungsstätte. Kirby, der Geograph. Sagt man doch so, oder? Vielleicht Archäologe. Archäologe, genau. Also, oh, nein. Hier links ist so eine kleine Höhle, aber die müssen wir nicht betreten. Hier, hier, hier. Oh. Oh, warte. Ich muss erstmal meinen Power-Up wieder ablegen. Und hier. Da ist der Bohrer. Jetzt siehst du oben, dass du bohren kannst, okay? Und. 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 Oh, das war ganz schön knapp. Jetzt hier noch. Oh, daneben gegraben. Das gibt's doch nicht. Achso, und jetzt. Oh, nein. Oh, ey, girl. Warte. Jetzt. Oh, nein. Ich war baden in den heißen Quellen der Roten Lande. Oh, sehr schön gemacht. Dankeschön. So, die Münze holen wir noch, oder? Ja, hier gibt's noch was. Oh, nein. Da ist ein Waddle-Dee. Da ist Simon. Simon, wir kommen. Simon, wir haben dich gerettet. Super. Klasse. So. Klasse Sache. Klasse Sache. Und hier gibt's noch was, oder? Hier leuchtet was. Ja. Ah, nein. Das ist nur ein... Ich hab's gesehen. Das ist ein Bohrerhelm. Aber den brauch ich nicht. Falls du den verlierst und nicht mehr rauskommst. Das ist so der Gedanke von den Entwicklern gewesen. Boah. Ich muss hier rum. Warte. Warte auf mich. Ich komme. Ich komme angeflogen. Ja. Aber pass auf, die Cleffi auf. Ja, die Cleffi sind ziemlich wild hier. Ja. Also, und jetzt? Blaue Kiste. Blaue Kiste. Blaue Kiste. Okay, warte. Jetzt. Was ist da drin? Hey. Oh, Karöttchen. Ein Karöttchen. Lecker, lecker. Dankeschön. Hier, nimm noch eine Karotte. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Einmal abflaschen. So, oben gibt es, du siehst es schon, was zum Ausgraben. Okay, warte. Das wäre optimal, wenn du das nutzen würdest. Ich versuche es. Boah, fast auf einmal habe ich es geschafft. Ja, noch ein bisschen graben. Das wäre toll. Warte. Und. Perfekt, perfekt. So, jetzt kommst du kurz nach links. Da ist noch ein Geheimnis. Okay, Moment. Zack. Da ist nämlich ein geheimer Durchgang. Ja? Und so kommen wir zu einer Schatztruhe. Aber ich habe doch Höhenangst. Na, das schaffst du. Oh, ganz dicht. Achtung. Jetzt muss ich auch noch da drüber springen, oder? Du kannst ihn mitnehmen, aber. Nee, lieber nicht. Okay. Okay, und jetzt. Oh. Und jetzt hier durch. Achtung. Zack. Oh, cool. Ganz viel Geld für uns. Ja, das ist die geheime Passage hier im Spiel. Das ist die geheime Bank vom Roten Lande. Die haben wir jetzt ausgeraubt. Oh. Guck mal, Schatz, gehst du gefunden. Sehr gut. Super. Und eingesammelt. Klasse. Dann können wir jetzt durch die Tür zum nächsten Abschnitt. Aha. Wo kommen wir raus? Wir kommen hier raus. Vorsicht, da vorne ist schon ein Rabüffel. Oh, da. Ich sehe ihn. Oh, pass auf. Rabüffel, Rabüffel. Vorsicht, Vorsicht. Eigentlich bin ich extra hochgesprungen. Ja, du bist ja auch ausgewichen. Also alles Paletti. Okay. Und zack. Warte, ich warte. Und jetzt. Alles Paletti, Paletto. Und warte. Jetzt ist leh. Jetzt ist leh. Oh, da ganz viele Rabüffel. Rabüffel, Rabuffel, Rabum. Boah, gehen wir hoch, oder? Ja, ja, schnell hoch. Nie, 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 nie. Und da gibt es ein Geschenk. Oder? Ja. Sensationell. Wieder runter? Ja. Okay. Und jetzt geht es da vorne weiter. Und da ist auch ein Netz. Achtung, Elgir. Da vorne kommt jetzt gleich ein Abschnitt. Und dort gibt es ein Wasser. Oh, wo willst du hin? Weiß ich nicht. Nein. Jetzt können wir nicht mehr graben. Ach so. Okay. Ich weiß, was du sagen wolltest. Ich habe es noch gesehen. Ja, eigentlich habe ich von etwas anderem gesprochen. Ach so, ja. Das kommt jetzt nämlich gleich. Okay, dann. Und das ist fast schon wichtiger als diese Grabungsstätte gerade eben. Und zwar werden wir jetzt hier kurz warten, bis eine Tür herunterkommt. Eine Tür? Ja. Wo? Warte, warte. Hier, hier, links, links, links. Komm zurück, zurück, zurück. Ja, warte, warte, warte. Jetzt. Und da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir rein in den Geheimgang, in die geheime Höhle. Ja, und jetzt, jetzt, Elgir, jetzt musst du performen. Jetzt muss ich performen. Wow, okay. Also, du gehst erst da unten in die Ecke, gräbst was aus und dann hinten und dann kommst du zu mir nach vorne. Okay, ich versuche es. Ich gehe schon mal vor. Ich gehe schon mal vor. Oh, jetzt sind wir da nach hinten? Ja, da nach hinten, aber schnell nicht so rumkraten. Ja, warte, um. Schnell. Und jetzt kommst du mir, schnell. Ich komme, ich komme. Hier hoch, hier hoch. Warte, ach, da stehst du, du bist so klein. Da hinten, komm, schnell. Ich grabe. Ich grabe, 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 grabe. Nein, nicht in der Luft. Jetzt. Jetzt nach hinten, jetzt nach hinten. Ja, warte, warte, warte. Und jetzt graben, 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 graben. Wow, geschafft. Habe ich verbombt? Ja, hast du gut gemacht. Super. Aber ich hatte ein bisschen Angst. Da hinten wartet übrigens Katrin. Ich habe sie schon gesehen. Katrin, wir retten dich. Hallo, Katrin. Super. Wir haben sie gerettet. Wir kommen in der Freiheit. Nummer drei von vier. Wow, okay. Was gibt hier? Wow, Vollstopfer. Ja, ja, wir gehen erst mal noch kurz nach hinten. Mhm. Da ist noch was. Eine Überraschung. Ein Überraschungslein. Hör, ein Überraschungsei, oder? Ja, ich wollte eigentlich Ei sagen. Keine Ahnung. Irgendwie wurde aus Überraschungsei Überraschungslein. Jetzt habe ich wieder meine Lieblingsfähigkeit. Ja, und die ist extrem wichtig. Ja. Jetzt musst du nämlich herabstürzende Meteoriten löschen. Okay, und hier muss ich auf jeden Fall mal putzen, dass ich hier durchkomme, oder? Ja, ja, aber spar dein Wasser ein wenig. Ja, okay. Jetzt Achtung, da kommt's. Da kommt's. Schnell, löschen, löschen, löschen. Und jetzt links, links, links. Löschen. Und jetzt rechts. Oh, abgestürzt. Nein. Nein, rechts, rechts, da oben, da oben. Oh, zu langsam. Oh, schade. Achtung, Rapphüffel. Eine Dusche für den Rapphüffel. Ja. Soll ich mir nochmal Wasser holen? Kannst du, musst du aber nicht. Theoretisch hast du genug Wasser. Ja, okay, dann geht's ohne weiter. Und jetzt nach vorne. Siehst du die Meteoriten? Ei, ei, ei. Löschen, L-Girl. Alle löschen. Okay, okay, okay. Renn, renn, renn nach vorne. Okay, warte. Schnell, schnell, schnell. L-Girl, jetzt komm, schnell. L-Girl. L-Girl, 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 L-Girl. Der letzte Auberrohr gerade noch so. Mit dem letzten Wasser. Ist das spannend. Ich geh hier schon mal in den Käfig, okay? Ja. Wer wartet denn da auf uns? Das ist Tim. Hallo, Tim. Wir haben Tim gerettet. L-Girl, herzlich willkommen. Super. Ab zum Teleporter. Mew. Okay. Und da vorne ist ein Schwertmeister. Boah, soll ich mir den holen? Ja, oder? Kannst du, musst du nicht. Wie du magst? Ich hole ihn mir, glaube ich. Ja, endlich. Wow. Wer war denn hier? Wir haben hier einmal Paulina, Roman und Rebecca. Herzlich willkommen zurück in unserem Team. Herzlich willkommen zurück in unserem Team. So, wo geht es denn jetzt hin? Jetzt geht es in die nächste Welt. Vorher gibt es aber noch einen Verkehrskegel. Eine Treppe. Und Phantasma. Okay. Und ein Igel. Igelchen. Igelchen. Igel, Igel. Igel, Igel. Okay. Und? Was tut sich denn hier auf? Wie heißt das Land? Marsch auf der Inferno-Straße. Oh. Genau. Da werden wir marschieren. Marschieren und patrouillieren. Auf und ab. Als gäbe es kein Morgen mehr. Ei, ei, ei. Okay. Also, dann gucken wir doch mal, was uns erwartet. Let's go. Das wird lustig. Oh, ja. Ich weiß es noch nicht. Da war ich schon ewig nicht mehr. Aber du musst dir vorstellen, das ist eine Welt mit vielen Gefahren. Wow. Schön zusammengefasst. Also keine Welt für Kirby und mich. Ja. Wir werden sehr geduldig sein. Oder Katzen-Community. Wir sind geduldig mit L-Girl. Ja, hoffentlich auch. Achtung, Tio. Achtung. Hier ist Timing gefragt. Ja, ich habe schon gesehen, ich kann diese Bälle nicht zerschneiden. Nein. Ich bin abgestürzt. Oh, pass auf. Fleisch. Fleisch mahlt sein. Na, lecker. Da hast du dich ja mal richtig gestärkt. Toll. Jetzt schnell, Vorsicht. Ich werde verloren und heiße Füße gekriegt. Ja, ja. Heiße Füße sind hier in dieser Welt gar nicht so praktisch. Ja, nee. Hotdog, Hotdog, Hotdog. Hol den Hotdog. Und gib mir was ab. Oder ich hole den Hotdog. Okay, bitteschön. Hol du ihn. Okay. Abgeklatscht. Dankeschön. Wir haben praktisch, wir haben einen Hotdog in der Hand gehabt. Oh. Und mit dem Hotdog haben wir uns einen High Five gegeben. Ja, und da ist der Hotdog in zwei gebrochen und jeder von uns hat eine Hälfte gebrochen. Okay, allein die Vorstellung ist sehr komisch. Ja, aber so ein Hotdog hätte jetzt schon was. Ja, klar. So mit Gurke, Zwiebeln. Ich finde generell, wenn man Kirby spielt, hat man ständig Hunger. Ja, weil die ständig was essen. Es gibt Gemüse, es gibt Fleisch, Omelette, alles mögliche. Boah, da ist ein Waddle Dee. Wir müssen diesen Waddle Dee retten. Ein Waddle Dee? Da ist ein Waddle Dee. Oh nein, Nathalie. Schnell. Da ist Nathalie. Hol dein Schwert, um Nathalie zu befreien. Oh nein. Das Schwert ist leider dem Feuer zum Opfer gefallen. Ich glaube, du hast einen Frosch im Malz. Ein Frosch im Malz, ja. Jetzt ist besser. Jetzt ist wunderbar. So, sind wir hier hoch? Ja, da kommen wir zu Nathalie. Ja, ich habe den Geheingang schon entdeckt. So, Achtung. Nathalie, wo ist der Knopf da hinten? Da ist der Knopf, wow. Ach, da ist der Knopf. Komm, wir gehen hier runter. Jetzt runter und Nathalie befreit. Herzlich willkommen. Genau, willkommen in der Stadt der Waddle Dee's. Ich glaube, Nathalie musste ganz lang ganz viel schwitzen. Weil ich glaube, das Feuer ist ganz schön heiß. Hier ist es extrem heiß in der Welt. Aber so konnte sie wenigstens ständig Essen zubereiten mit der Hitze. Ah, du meinst Eier kochen zum Beispiel. Egal was, es wurde alles gekocht, gebraten, gebrutzelt. Suchst du raus. Wow. Achtung. Oh nein. So. Oh nein. Ich sehe schon ein bröckeliger Boden. Ja, wenn du den eingesaugt hättest, wäre das optimal gewesen. Ja, es wäre optimal gewesen. Egal. So, springst du vor? Ja, ich springe vor. Und jetzt auf die Leiter. Oh nein. Festhalten, festhalten. Auf der Leiter. Ja, jetzt. Komm hoch. Und jetzt, warte, warte, warte. Warte, wir springen da rechts rein, okay? Wo rechts rein? Hier rechts runter. Folgt mir einfach, okay? Okay, spring vor. So, jetzt hier runter. Okay, warte, warte, warte. Hier runter. Einfach wollen lassen, gut. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich wollte nicht abstürzen. Ich habe nicht mehr so viel Energie, weißt du? Ja, wir haben es gemerkt. Okay. Oh, Fleisch. Oh, Kleffi. Weg da. So. Eingesaugt. Aber es gibt ja kein... Nein. Oh, ey, girl. Was passiert? Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder nach oben laufen. Oh nein, das tut mir leid. Ihr seht schon, liebe Katzen-Community, das ist genau der Grund, warum ich gesagt habe, ihr müsst Geduld haben. Oh, au. Die Nase verbrannt. Oh, die Füße verbrannt. Ja, Vorsicht. Nicht in der Suppe landen. Jetzt. Wenn du noch einmal in der Suppe landest, dann haben wir ein kleines Problem. Das stimmt. Sieht aus wie Tomatensuppe. Das hatte ich auch schon so lange nicht mehr. Also, ich glaube, wir haben nach der Folge richtig Hunger. Ich glaube, wir müssen nach der Folge erst mal was essen. Tomatensuppe, Fleisch, Gemüse, einfach alles. Alles, was lecker ist. Okay, und hoch. Hoch, 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 hoch. Hoch. Geh vor. Nio. Elger. Oh, der wilde Eisbärgarten. Oh nein, und ich habe nicht mal irgendein Item. Oh nein. Tut mir leid. Auf ein neues, Elger. Auf ein neues. Gibt es vielleicht mal Items für mich? Ja, 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 eins. Entschuldigung. Okay. Wenn es so eine praktische Fähigkeit jetzt für den Kampf gab. Oh nein. Ich war baden. Hoch. Elger. Ich glaube, alle Elger-Fans, sage ich jetzt mal, alle Elger, die Elger lieben, die würden sich bestimmt auch dafür interessieren, was mir gerade spontan kommt, weil wir von Essen gesprochen haben. Was ist denn dein Lieblingsgemüse? Was isst du am liebsten, wenn es ums Gemüse geht? Ganz, ganz lecker gegrillte oder gebratene Auberginen. Ich liebe Auberginen. Ja, das ist echt gut. Das ist echt lecker. Ja. Also, jetzt gerade im Sommer kann man die auch schön auf den Grill legen. Ich muss mich hier gerade mal so parallel konzentrieren. Alles gut. Äh, oah. Oh. 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 Bäm. Ich habe das geschluckt. Ups. Warte. Ich hatte Lust auf ein Eis. Ich hatte Lust auf ein Eis, ja. Also, gebratene Auberginen sind sehr lecker oder rohes Gemüse. Ich liebe auch Tomaten. Kannst du mir vielleicht helfen, statt über Tomaten zu sprechen? Ja, warte. Ich habe wirklich keine Items. Weißt du, du stehst da rum und erzählst so von deinem Gemüse und ich denke mir, Hilfe. Also, wir leiden, ich unterstütze dich moralisch. Ich will nur nichts falsch machen, weil ich habe schon wieder keine Energie. Alles gut. Jetzt auf den Spucken. Spucken, Spucken, Spucken. Oh, eingesaugt. Perfekt. Eingesaugt. So, jetzt habe ich wenigstens wieder eine Fähigkeit. Ja, jetzt geht es zum nächsten Abschnitt. Wap, wap. Und der ist nochmal richtig gefährlich. Oh, ich sehe es schon. Wir müssen uns nämlich in zwei Teams aufteilen. Da ist Regina die Rolle. Okay. Ich gehe geradeaus und du musst nach links über die Lava entlang surfen. Wow. 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 Abgestürzt. Ja, flieg schnell hoch. Achtung. Theo. Ja, Lava sollst du nicht berühren. Aber flieg nicht so viel rum. Ja, ich versuch's. Du sollst eigentlich nur springen, Elle-Girl. Springen? Okay. Elle-Girl. Ich erwarte. Elle-Girl. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Elle-Girl. Nochmal. Zweifelversuch, okay? Okay. Nein, du musst da rüber, Elle-Girl. Ja, okay. Warte. Zero. 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 Jetzt hoch, Elle-Girl. 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 Nein, nein, nein. Oh nein. Wie schade ich das denn, wenn ich aus der Luft runterkomme? Was muss ich denn tun? Du musst, wenn ich das richtig im Kopf habe, musst du, glaube ich, schon deine Luft auspusten, damit du wieder normal auf Eis landen kannst. Das sollte funktionieren. Okay. Ich versuch's beim nächsten Mal. Okay. Ich weiß aber nicht, ob's klappt. Jetzt, wir feuern alle Elle-Girl an. Elle-Girl. Elle-Girl. Nein. Auf ein neues. Aber kann ich nicht da hoch fliegen? Nein. Nein, das geht ja nicht. Deswegen gibt's ja diesen Weg. Ei, ei, ei. Okay. Dann, alle guten Dinge sind drei. Schlittschuh an und über das Feuer geslidet. Wir müssen darüber, denn da hinten ist ein Waddle Dee und das ist Tamina. Tamina. Okay, warte. Und ich komme. Tamina. Aber jetzt Konzentration. Jetzt springen. Juhu. Ja, jetzt musst du das Ganze löschen. Aha, warte. Und dann mit deiner Fähigkeit noch kaputt machen, damit es auseinanderbröckelt. Aha, okay, warte. Und tschu, tschu. Ja, du musst dich jeden Block innehmen. Aber egal. Jetzt bröckeln lassen. Und jetzt rette Tamina. Tamina. Hallo. Und jetzt haben wir mir noch ein bisschen Geld ein. Ja, und dann hast du hier so einen Durchgang geöffnet. Du kannst jetzt zu mir raus. Okay. Ja, oder du gehst mal raus. Warte, ich komme wieder runter, oder? Ja, komm runter. Ja, ja. Das ist praktischer. So, jetzt. Jetzt können wir weiter. Ich hole noch kurz die Überraschung von da unten. Okay. Ich vereiste die Augen alles. Ja, vereiste die Kollegen und spuck sie gleich weg. So. Oh, ich sehe schon. Jetzt muss ich hier rüber. Sliden. Ja, ja, ja. Sliden. Und oh, 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 oh. Links, links, links. Aber sei vorsichtig. Weiter, weiter, weiter laufen. Weiter laufen. Tschu. Das kannst du sparen. Genau. Und weiter. Oh nein. Und jetzt Neo, Neo. Wow, nein. Kirby fliegt. Nicht runterfallen. Sei vorsichtig, Kirby. So. Pusten. Ich nehme an Pusten. Eieiei. Okay, ich sehe schon. Der Boden ist bröckelig. Ja. Und was glaubst du, müssen wir da jetzt machen? Ich glaube, ich muss erst mal die Kiste zerstören. Oh ja, was zu trinken, das tut gut. Und jetzt, ich sehe schon, hier gibt es eine Feuerbrücke. Da darfst du jetzt rüberlaufen. Aua. Aber nicht mit der Nase berühren. Hat Kirby eine Nase? Ja, oder? Weiß ich nicht. Oh, aber mach dir nicht alles kaputt, sonst kommen sie nicht mehr rüber. Oh nein, nein. Okay, warte. Du musst gleich zurücklaufen. So, Kegel. Mit dem Kegel musst du jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Na super. Aber das wird an manchen Stellen nicht einfach. Jetzt optimal springen. Spring. Und spring. Boah, es war so gut. Komm, komm, nicht aufgeben, L-Girl. Und Ding. Wow. Oh nein, L-Girl, was machst du? Timing. Okay, warte. Und? L-Girl, eigentlich kannst du dir spannen, wenn du jetzt Lava berührst, dann bist du weg. Dann nochmal versuchen. Ja, natürlich. Wir geben nicht auf. Okay. Katzenfreunde, niemals aufgeben. Das muss L-Girl, L-Girl, warte mal, wo laufst du hin? Ich habe mir die Eisfähigkeit. Ach so, okay. Weil ich gerade keine habe. Na, okay, okay, okay. Ich dachte, du saugst den Schneemann da hinten ein. Ah, okay, das hätte ich auch machen können. Ich dachte, ich nehme den ungefährlicheren Weg. Ja, nicht so schlimm. Alles gut. Dann einmal, zack, pusten und weiter geht's, ja? Okay. Ja, warte. Den hier weg da. Ja, oh nein, Achtung, da, wo bin ich hier? Du bist du los. Jetzt, Schneemann. Muss ich jetzt wieder hier hoch, ne? Ja, du musst da hoch. Okay. Und ich lauf, ich lauf geradeaus weiter. Piu, piu, piu. Und? Oh nein, und fliegt Kirby. Aber oben bleiben, oben bleiben. Ja, ich tue mein Bestes. Weil ich kann ja auf Lava nicht laufen, deswegen muss ich den anderen Weg nehmen. Oh, was war das denn? Keine Ahnung. Achtung, die holen mir erstmal wieder ein bisschen Energie. Ja, ich, oh. Die Kamera hat mich jetzt zu dir gebracht. Eigentlich habe ich gerade gegen den Igel gekannt. Nein, der Igel springt runter. Hast du gesehen? Der Igel ist abgestürzt. Ja, oh nein, ich war so abgelenkt vom Igel. Ich bin auch nicht auf der Brücke geblieben. Oh, aber du bist nochmal hochgekommen. Ja, ich fliege. Ja, weiter, 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 weiter. Oh, vollstoppen. Ja, aber wie bist du da jetzt durch? Du hast ja nichts gelöscht. Ja, stimmt. Okay, dann lauf einfach. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, geschafft. Und jetzt macht er ein Loch. Ja. Oh, aber wo springst du denn rein immer? Ich dachte, nein, ich sag, wenn ich am Ranspringen, dann erwische ich den Schneemann gleich mit. Oh, so. So, jetzt haben wir eine Spezialaufgabe. Oh, schon wieder muss ich performen. Ja. Ich sehe die Performing-Folge. Komm, komm, du schaffst das. Okay, warte. Rennen. Da oben ist der Markus. Der Markus, okay. Hallo, Markus, ich tue mein Bestes. Wir müssen ihn retten. Okay, raus. Schalter aktiviert, du kommst mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ja, ich komm mit. Hier ist eine Hebebühne. Nee, ein Schrank ist da vorne. Ein Schrank. Einsaugen. Schütteln, schütteln, schütteln. Umkippen. Ich schwitze schon. Und jetzt schnell zur Hebebühne. Schnell, schnell, schnell. Oh, nein. Nein. Schnell. Ja, warte. Einsaugen und Düsen. Rüber, rüber, rüber. Schneller, schneller, schneller Propeller. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht schneller. Schnell, schneller Propeller. Die Oma sitzt im Keller. Schnell, schneller Propeller. Die Oma sitzt im Keller. Schnell, du hast es geschafft. Ja. Und ich habe dreimal ganz laut mein Lied gesongt. Ja, das wolltest du auch richtig durchbringen. Ich habe es gehört. Ja, und wie fandst du meinen Sprung? Naja. Der hatte schon Beine. Oder wie sagt man das? Schneller Propeller. Die Oma sitzt im Keller. Ja, aber der hatte schon Beine. Das ist schon so alt, dass der schon Beine hat. Nein. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad. Was hat die Oma mit unserem Spiel hier zu tun? Ja, wir. Ach, ich weiß auch nicht. Ja. Okay, egal. Weiter geht's. Entschuldigt. Weiter geht's. Mir kommen manchmal auch Songs. Okay. Ja. Wenn ihr wüsstet, liebe Katzen-Community. Die 15 Ohrwürmer am Tag reichen nicht. Ja. Manchmal kommen die Songs glatt gelogen. Du hast immer irgendeine Sorgen. Ja, ich sing echt ständig. Ja. Ständig am Trellern. Ja, aber das ist ja auch schön. Ja, das sagst du jetzt. Ja, weil ich gerade aktuell keinen Ohrwurm habe. Na gut. Aber stell dir mal vor, man hat ständig einen Ohrwurm. Ja, da ist was dran. Ja, genau. So, wen haben wir denn da unten? Oh, Achtung. Das muss ich mir jetzt anschauen. Das erkenne ich von hier oben nicht. Oh, abgefüllt. Ah, das ist Katharina. Katharina. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und jetzt hoch, hoch, hoch. Ja, ich fliege. Jetzt geht sie leider nach oben. So. Wir haben das Level fast geschafft. Es gibt noch einen wichtigen und großen Abschnitt. Und der beginnt jetzt. Oh nein. Der Entdecker. Nimm den Entdecker. Der Entdecker ist Gold wert. Gold wert. Mit Federbohr. Und jetzt kannst du, siehst du diese... Oh, oh. Warte, warte, warte. Zweiter Versuch. Ja, Entschuldigung. Siehst du diese Sternenblöcke? Die kannst du kaputt machen. Äh, ja. Oder ich mach sie kaputt mit meinem Spezialpropeller. Beim zweiten Mal mach ich kaputt. Warte. Warte. Und Päm, Päm. Gut gemacht. Wow. Ich bin auch abgestützt. Falls ich dich da runtergeschuckt hab, tut es mir leid. Alles gut. Alles gut. Und springen. So, jetzt hier kann man rüber. Ja. Du brauchst auf jeden Fall den Ring. Ja, warte. Boom. Okay, du hast ihn getroffen. Wunderbar. Dann hol mal den Ring, bitte. Okay, warte. Du hättest diese Kanone aber auch kaputt machen können. Ah, okay. Ja, stimmt. Aber so geht's auch. Na gut. So, den Ring hab ich. Jetzt musst du noch links. Einmal schmal machen. Wow. Und schnell. Komm, schnell, 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 schnell. Komm. Oh Gott, war das knapp. Geradeaus. Oh nein. Nichts für Leute mit einem Perfekt-Spriefenproblem. Und da haben wir, was erkennst du hier im Level? Ein Radbüffel. Oh, Windräder. Ja, die Windräder müssen aktiviert werden. Oh nein, jetzt dreht sich hier alles. Okay. Und Radbüffel besiegen. Und huu. So. Gerade noch in letzter Sekunde. Gerade noch gefut. So. Und jetzt links, links und unten sind Gegner. Oh, warte. So. Perfekt, jetzt links. Und Windrand. 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 Windrand aktivieren. So, den hab ich auch weggepustet. Ja. Warte. Komm zu mir, komm zu mir. Jetzt müssen wir nach rechts raus. Oh, das war knapp. Eieiei. Jetzt musst du die runterpusten. Das mach ich doch glatt. Warte. Und H. Oh, falsch. Warte. Einen hab ich getroffen. Und. Warte. Ich drehe mich um. Ich drehe mich um. Huuu. Beide weg. Okay, du machst sehr interessante Geräusche. So. Weiter. Windrand. Windrand. Warte. Und. Aktiviert. Und jetzt. kriegen wir ein. Oh, eine Plattform. Mit einem Waddle Dee. Oha. Okay. Oh nein. Schnell, schnell darüber. Achtung. Zack. Und zack. Und jetzt. Achtung. Jetzt müssen wir auf das Boot runterspringen. Oh nein. Ich hab doch Höhenangst. Einfach auch zu durch. Oha. Gerade so geschafft. Und jetzt volle Kraft voraus, L-Girl. Captain L-Girl kommt. Captain L-Girl. So. Leckere Fischstäbchen von Captain L-Girl. Von der Ecke. Boah, Fischstäbchen hätten auch was. Es geht schon wieder um Essen. Ja. So, jetzt holen wir kurz den Schatz. Ja. Und da drin ist. Ein Waddle Dee. Das ist Judith. Hallo Judith. Schön, dass du da bist. Sensationell. Und. Oh nein. Heiße Füße. Nochmal. In das Boot. In das Boot. Ja. Und zack. Dann wollen wir weiter nach rechts zu diesen kleinen süßen Monsterchen. Ein Monsterchen. Oh, da ist eine blaue Münze. Kommen wir da hin. Warte, warte. Ui, gut. So. Und. Huh. Und jetzt einmal hinter das Gebäude. Aha. Denn da ist auch noch ein Windrad. Oh, da ist auch noch. Ja, stimmt. Achtung. Einmal aktivieren. Aktivieren. Warte. Einmal umdrehen. Und yes. Sehr schön. Ein paar Münzen. Und. Energie für uns. Ne? Eine Überraschung. Ja. Eine Überraschung. Super. Gut. Die letzte sammeln wir auch noch ein, oder? Alles einsammeln. Egal. Komm. Na gut. Und einmal ums Gebäude rum. Ja, jetzt können wir da hoch. Und da sind jetzt die drei letzten Waddle Dees in dieser Welt. Aha. Aber davor musst du noch rechts oben auf eine Zielscheibe schießen. Ah ja. Ich habe sie schon ersichtet. Ja. Warte. Und. Brenn. Ja. Konzentration. Und Schuss. Oh nein. Ein bisschen früher und ein bisschen weiter nach oben. Okay. Warte. Ich misiere sie nochmal an. Und. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Und jetzt. 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 Jetzt schon. Schon jetzt. Schon jetzt. Oh. Elgöl. Oh. Ich habe sie eigentlich getroffen. Nicht ganz. Ein letztes Mal. Alle Versuche sind drei. Alle. Alle Versuche sind drei. Alle guten Dinge sind drei. Wollte ich sagen. Komm Elgöl. Jetzt aber Konzentration. Ja. Bitte. Warte. Warte. Okay. Aber danach schießt sie. Jetzt. Oh. Okay. Getroffen. Und wir kriegen. Eine Blaupause. Die Weltraumentdecker Blaupause. Die ist super praktisch. Ich habe sie geliebt. So. Wir haben hier. Josef. Oh. Josef. Entschuldigung. Wir haben hier Geneviève. Wollte ich sagen. Oh. Eine Französin. Ein französisches Wandeldi. Geneviève. Josef. Geneviève. Josef. Und Yola. Yola. Hallo. Herzlich willkommen ihr drei. Wir. Drei Wandeldi's mit J. Wort. Wobei Geneviève schreibt man glaube ich mit G. Ja. Mit G. Ja. Geneviève wird das. Ja. So wurde mir das mitgeteilt. Ja. Ich glaube auch. Als Wandeldi Wunsch. Wow. Feuerhülle im Kraftwerk. Und das wird glaube ich richtig richtig spannend werden für uns. Ja. Tschüss meine Wandeldi's. Tschüss. Und es gibt sogar noch neue Straßen der Schätze. Wow. Die sind bestimmt super schwer. Ja. Tatsächlich. Naja. Meine Lieben. Bleibt. Katztastisch. Katztastisch.